Was geht? Partypebo! Willkommen, willkommen heute zurück. Ja, nicht willkommen, sondern willkommen heute zurück. Freunde, wir spielen heute ein neues G-G-G-Game. Yeah! Das war ein sehr komischer Anfang. Wir spielen heute Food Games. Ich weiß gar nicht, warum ich den Anfang so komisch gemacht habe, aber hi! Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hier bei mir, dem Lasomaniac. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir gehen rein in Food Games. Es ist wieder so ein nices Game, was ich hier gefunden habe. Und zwar sind wir hier so ein glatzköpfiger Typ, der irgendwie den Mund offen hält. Und ich denke mal, es sieht eindeutig aus, dass wir das irgendwie ziehen müssen. Und er sammelt dann sozusagen damit irgendwie Essen ein. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Süßkram war oder irgendwie sowas oder was auch immer. Was ist das hier? Start per Week VIP? Ich will kein VIP sein. Okay. So, und als nächstes haben wir hier Make a Sandwich. Okay, dann nehmen wir doch erstmal den Gäse hier drauf, dann die Scheibe Brot und das ist es. Oh, da war gerade eine Ente, die uns einfach das Brot geklaut hat. Yeah! Danke! Okay, nächstes Level. Also Leute, wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier eine klitzekleine Ente. Warum hat die Ente einen Korb? Finden wir es heraus. Hä? Oh, da fallen Sachen runter. Oh, Junge! Oh, ey! Kann mich nicht mal einer vorwarnen wenigstens? Yo, was? Okay, nächstes Level. Wir sind jetzt in Level 4. Make some Ice Cream. Und wir haben hier dann sozusagen das, was wir, glaube ich, machen müssen. Mit bisschen, ähm... Oh, ach so, okay, das dreht sich. So, mit einer leckeren Kirsche oben drauf. Mm, mm, mm. Okay, let's go. Oha, das ist ein fetter Eisbecher, Leute. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Brain Freeze! Level 5. Und wir sollen hier, glaube ich, ich glaube, wir sollen hier irgendwie diese Banane zerschlagen. Und wir haben hier eine Anzeige und ich glaube, das soll die Kraft darstellen. Probieren wir es mal aus. Boom! Wow! So dumm! So dumm! Ich habe gerade einfach die Banane zerschlagen. Yeah! Nice! Wir machen weiter. Was ist das hier? Okay, Level Nummer 6. Wir müssen hier irgendwie diese Donuts in den Mund rotaten. Ah! Vielleicht so? Wupp! Ich check es nicht. Was ist das wieder für ein Spiel? Oh! Hö, 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 hö! Hö, hö, hö! Hö, 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 hö! Wow! Junge! Guck mal, wie ich das zerhacke! Ich bin Pro! Oh! 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 Junge! Habt ihr das gesehen? Wow! Der kleine Junge freut sich. Er wird einfach damit zu übergossen. Dieses Spiel ist gut. Das gefällt mir. Hö, 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 hö! Okay, next level. Level 8. Wir sind hier. Stack Sandwich. Okay. Stack that Sandwich. Tap to. Hä? Hey! Stopp nicht so schnell! Stopp nicht so schnell! Okay. Ist das hier? Oh! Wie schön langsam, dass da gerade runtergesegelt kam. Yeah! Mega IQ! Und ich glaube, wir sollen hier dieses Spiel runterladen. Aber ich will dieses Spiel nicht. So, als nächstes haben wir jetzt hier kombiniere die Süßigkeiten. Zack! Aha! Okay, ich verstehe. Wir müssen das so mäßig so und hier fallen lassen. Zack! Zack! Und dann... So. Dann setze ich das auch mal da hin. Hä! Alles klar, der Junge... Er kriegt diese Sachen einfach die ganze Zeit auf die Rübe. Wie dumm ist das denn? Er kriegt es einfach alles auf den Kopf. Okay! Sehr schön! Level Nummer 10! Snack Attack! Okay, was sollen wir hier machen? Es ist eine Toilette. Und diese... Oh! Wow! Wow! Next! Also, wir sind jetzt hier in Level 21 und müssen, glaube ich, versuchen... Hä? Äh... Das Spiel macht Sinn. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, okay. Wird schon alles richtig gewesen sein. Next! So! Oh, wir haben wieder die Ente. Los! Quack, 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 quack. Sammle die Sachen ein. Woo! Hey! Hä? Hä? Oh, eins von eins. Okay, es ist gar nicht mal so einfach gewesen, das da reinzuschmeißen. Gibt es da irgendwie eine Taktik oder sowas? Ne Art? Hä? Was ist das? Naja, egal. Okay. Kombinier diese Süßigkeiten. Das machen wir. Oh, nein! 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 Oh mein Gott, das war wack. Oh, oh! Oh, das ist ein wackes Ding. Das könnte definitiv auch ein bisschen... Oh, oh! Ha! Boom! Das kann aber auch nach hinten losgehen, Freunde der Nacht. Yep! Äh? Äh? Oh, oh! Oh, oh! Ich sehe es kommen. Okay. Okay. Oh, nein! Wieso ist er denn da rüber geflogen? Ha! Los, schmeiß ihm alles auf den Kopf. Yeah! Danke. 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 Dankeschön da hinten. Oh, du willst ein Like da lassen. Na klar, kannst du gerne machen. Für mehr? Ja. Na klar. Leute, da sitzt in Wirklichkeit gar keiner. Weil ich einfach hier komplett alleine sitze und ich dachte, das wäre lustig, so einen kleinen Einspieler zu machen. Aber egal. Wir machen weiter. Next. Fill up your basket. Wir sollen unseren Korb füllen. That is it. That is that. Oh. Bup. Zack. Schön mit dem Sushi rein. Okay. Jetzt müssen wir mehr sammeln. Wow. Okay. Es regnet ganz schön schnell. Hop. 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 Hu. 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 Okay. Die Ente ist ganz schön flink. Oh. Eiscreme. Natürlich. Und finito. Okay. Gibt es da ein Handicap oder sowas? Weil das ist sau simpel irgendwie zu wissen, welche Eiscreme wir benutzen sollen, weil die ist einfach gelb oder... Oh. Das ist das Ding. Juhu. Oh, Leute. Der Hackfleischhassende Zah... Okay. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, aber... Jippu. Leute, haltet euch fest. Ich bin Schneidprofi. Oh. Wie viel ist das, kleiner Junge? Yeah. Nice. Okay. Er wurde einfach abgeworfen wieder damit. Sehr geil. Okay. Jetzt wird das hier wieder eingesammelt. Zack. Boom. Hier auch dazwischen. Boom. Ohne Probleme. Gar kein Problem. Hä? Hä? Bam. 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 Zack. Boom. 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 Blauer dicker Ball. Boing. Boing. Zack. Bam. Okay. Hier, den da dahin. Hier, den dann dahin. Oh, hör auf zu hüpfen, Ball. Ja, das hier kriegen wir hin. Easy way. Ha. Hu. Sehr gut. No. Ja. Ah. Okay, jetzt kriegt er ein paar dicke Bälle auf den Kopf. Nice. Okay, next. Was ist jetzt? Make a sandwich. Okay. Pam. 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 Boom. Okay. Das ist die Ente, die klaut einfach uns das Essen. Sehr süße Ente, Leute. Sehr, sehr süße Ente. Stack dein Sandwich. Zack. Da war Kacke dabei. Nö, die... Hey, ich hab die nicht gesammelt. Wirklich. Ih, die hat sogar so ein komisches Geräusch gemacht. Naja, ich hätte gerne ein bisschen Kacke auf dem MC. Nein, will ich nicht, Leute. Ich möchte das nicht. Oh, da muss ich mich konzentrieren. Vergiss das. Die Kacke auf dem Sandwich. Hier wird Baguette geschnitten. Wie ein alter Profi. Los, schneide die Sushi-Rolle. Alles für den kleinen Jungen mit der hässlichen Frisur. Los geht's. Jawohl. So. Kleiner Junge. Ich hoffe, mit dem Brot kannst du dir einen neuen Haarschnitt leisten. Next. Okay. Oh, oh. Jetzt müssen wir hier die Süßigkeiten wieder rausfriemeln. Äh. Äh. Hallo. Ist das dein Ernst? Ja, Mann. Sieht aus wie eine Cagwurst, die da rausfällt. Was ist das? Okay. Complete the cake. Okay. Kriegen wir doch hin. Äh. 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 Ist ja easy. Das ist ja einfach. Einfacher Schokokuchen. Warum kommen da auf einmal Aliens und nehmen den Kuchen mit? Ich hab keine Ahnung. Bupp. Mittlerweile ist das hier wirklich das einfachste Level. So. Aha. Easy going. So, das setzen wir mal hier rüber. Uh. Äh. Hä? Äh? Was ist das? Ich bin dumm. Hä? Oh. 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 Okay, ich nehm's zurück. Oh, Mama. Hm. Doch nicht so einfach, wie ich gedenkt hab. Ha. Oh. So, jetzt wird's schwierig. Boom. Bada bing. Boom. Pow. Easy. Was ist das? Sortiere sie. Äh. Dann hier hin, oder? Äh? Äh? Hier hin. Wow. Oh mein Gott, das war ja so schwer. Okay. Ice cream. Gelb, 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 gelb. Pink, 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 pink. Ah. Okay, war nicht so gut, aber hätte ich besser gekonnt. Hätte ich besser gekonnt. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Kann er die essen? Nein, kann er nicht. Äh, wie kann er die essen, ohne dass er die Dinger in den Mund bekommt? Vielleicht erst so? Ah, die färben sich. Oh mein Gott, woher soll ich das denn wissen? Das kann doch keiner wissen. Kann ja sein, dass ich jetzt da eine halbe Stunde dran sitze an dem Ding hier. Was soll das? Oh, ja, das ist mein Lieblingslevel. Schneiden, 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 schneiden. Schneiden, 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 schneiden. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Tage mal ein ASMR-Level spielen, Leute. Irgendwas mit ASMR. Habt ihr da Bock drauf? Ja? Ihr könnt mir sowieso nicht antworten, weil ich dieses... Haha, weil ich hier gerade in einem Video sitze und jetzt hier sowieso... Okay, der Joke wird auch mittlerweile alt. Leute, ihr könnt mir natürlich gerne ein paar coole Kommentare in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche lustigen Ideen habt, was ich denn so spielen kann. So, der Junge wird wieder abgeworfen und ich würde sagen, Leute, falls ihr Bock auf noch ein Part davon habt, lasst ein Like da. Ich finde das Spiel echt mega, mega cool. Vielleicht nehme ich sogar noch ein Part auf. Aber ansonsten lasst auf jeden Fall Puzzle-Wertungen da, falls ihr Bock habt. Und falls euch das Video unterhalten hattet, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, liebe Leute, schaltet auch morgen wieder ein um 14.30 Uhr. Dann seid ihr auch immer mit am Start bei den neuen Videos. Bis dahin, machen Sie es gut. Bis morgen dann. Tschüss. Tschüss.